Sonntag in einer Pariser Edelboutique. Diese Damen sind 20 bis 60 Jahre alt. Sie haben Schuhgröße 37 bis 40 und eine gemeinsame Idee. Sie wollen sexier auftreten. Emily ist ein professionelles Model. Sie soll den Kursteilnehmerin helfen, mit hohen Absätzen zu laufen und das ohne falsche Scheu. Hier werde ich ein wenig Hüftschwung dazu nehmen. Ich spüre, dass das ziemlich übertrieben ist. Aber sagt mal, was ihr denkt. Was ist besser? Die Antwort ist klar. Und mit ein wenig Training schaffen es auch die anderen Damen. Claire fängt an mit sechs Zentimeter Absätzen. Noch höher hinaus will sie nicht. Mein Ziel ist mehr Flüssigkeit im Bewegungsablauf, sowohl im Alltag, im Büro als auch auf der Bühne. Denn ich bin Laien-Schauspielerin und ich merke, dass ich zu steif bin. So geht es. Hüften nach hinten nehmen und nach vorn blicken. Und das in allen Lagen. Auch im Supermarkt oder auf dem Flughafen. Dafür wird einiges in Kauf genommen. Selbst Schmerzen am Rücken und an den Füßen. Mit Absätzen fühlt man sich viel weiblicher. Man zieht eher Röcke an. Mit Absätzen wirken wir größer und femininer. Es ist viel besser. Mit Männern im Allgemeinen und Verführung im Besonderen hat das Ganze nichts zu tun, so beteuern die Damen. Und Männer sind beim Absatztraining nicht zugelassen. Und jetzt sind beim Absatztraining nicht zugelassen. Untertitelung des ZDF, 2020